Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bulletstorm. Ja, in der letzten Folge hatten wir eine der geilsten Missionen ever. Also es ist so ein Riesenrad, was uns verfolgt. Es sieht so evil-skyl aus, war herausfordernd und hat Spaß gemacht am Ende. Das ist, was ich an diesem Spiel so unglaublich liebe. Das war auch verdammt witzig, ey. Wir müssen klettern. Das Ding hängt nur noch an einem Arschhaar. Nice. Geschafft. Das Brückenkabel. Sieht aus, als wäre es stabil genug. Das werden wir gleich wissen. Das wird sowas von wehtun. Ah, da verbrennst du doch alles. Na ja. Keine Ahnung, wie wir das überleben konnten. Irgendeine gute und freundliche Gottheit will wohl, dass wir hier rauskommen. Ein Tropfen aus Glück in einem Meer von Pech. Die Sprüche von Isshin sind beinahe extrem geil. Ich denke auch so an das Ding. Das Ding über den ganzen Arm müsste jetzt eigentlich in Flammen stehen, ey. Ich darf immer noch nichts neu machen. Bis jetzt habe ich halt davon noch nichts gemacht. Ja, ich kaufe mal wieder eine Ladung. Oh, das sind wir voll, aber wir machen jetzt nicht. Was doch, ich weiß, was ich kaufen muss. Ähm, was soll das? Wir können nicht glauben, aber das ist wichtig, dass wir da vorne Munition haben, sodass so gut wie. Wir brauchen diese. Und ja, das Spiel ist verdammt schwer und ich glaube auch schwer, die es nicht hinbekommen. Aber scheiße, ich meine, das müssen wir denken, das Spiel ist alt. Markiert nachkommen, wie alt, aber ich glaube, es ist nicht so. Oh, Ekelhaar. Oh, fuck. Verdammt, das klappt nicht. Ich habe eine Pistole. Ah, Frau zum Schnell. Ich muss noch wechseln. Eis, zwei, cool. Ey, das ist sogar verdammt geil. Die Hurensöhne sind echt zehn, das muss man ihnen lassen. Der Hubschlauber von diesem Penner ist beschädigt. Er flog runter. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den Vogel wieder flott und können damit verschwinden. Bist du jetzt glücklich? Ja. Das Schicksal hat mir ein spektakuläres Geschenk in Form von gewaltigem Glück gemacht. Das war krass, das ist so geil, ey. Geht's nicht weiter. Vielleicht führt ihr diese Höhle zu den Klippen. Ich mag deinen Optimismus. Ab in die Höhle rein. Ja, falls ihr mich kommentare anbekommt, schreibt's gerne in die Kommentare. Fass sie dir an, wie riesig das Ding ist. Wenn du fertig bist, die Umgebung zu bewundern. Ich habe am anderen Ende der Höhle einen Ausgang gefunden. Alles klar. Ey, es sieht echt geil aus. Geht auch tief runter. Ey, das sind hier noch keine Einschützgefahrs. Ich seh. Schaffst du es zu verhindern, dass dieser Logik-Code die Kontrolle übernimmt? Dank dir befinde ich mich in einem endlosen Kampf, um die Gewalt über meinen eigenen Verstand zu behalten. Hey, versuch's mit Witzen und Sarkasmus. AIs kommen damit nicht klar. Vielleicht hilft dir das ja, am Ruder zu bleiben. Oh, wie Assis. Ich hatte das fast perfekt. Oh, wie eklig. Oh, hier wurden jemanden aufgefressen oder mehrere. Ich hatte das fast flawless und perfekt. Und die Wichser machen da irgendwas mit dem Leuchten. Mann, ein Fehler. Assi. Scheiße. Was genau sehen wir hier vor uns? Ich würde sagen, ein Nest. Dann hoffen wir mal, dass sich die Mama irgendwo anders verkrochen hat. Der einzige Weg hier rausführt mitten dadurch. Verflucht. Stinkt das. Alter, wie brutal. Stich V war schnell. Rass wechseln, nice. Hier geht's nicht weiter. Entschuldigung, Mama. Lass mir, dass du das weißt. Dann würde ich lügen. In die Beine, in die Hand. Wir müssen hier raus. Schnell. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schätzen wir die Kurve. Was immer dieses Geräusch gemacht hat, sieht sich hoffentlich nicht als Mutter dieser Eier. Okay, was es auch sein mag. Es ist sauer und direkt hinter uns. Ja. Ich bleibe und laufe. Los, los, los. Ja, ich war schon dabei. Da haben wir jemanden Mücken gemacht. Und da haben wir Muttern Mama Mücken gemacht. Da müssen wir schnell raus. Wie sieht euch. Wir waren es ja wirklich, okay. Auch voll zu brutal, ey. Aber ey, ich glaube, das ist ein Grund, warum es keine Minerweißen auskommt. Wenn wir nicht mehr werden, wenn wir nicht mehr werden. Komm schon. Ein einfacher Reparatur. Ja, mach. Und nicht fest. Ach nice. So verwenden wir das. Das ist echt ein unglaublicher Angelplatz da unten. Da gibt es bestimmt ein paar fette Brocken. Das wirst du gleich rausfinden. Wir sind zu schwer. Wir wollten schmieren ab. Ich denke gerade die ganze Höhne und die Wand zusammen. Ich will diese Schleiche link hören. Direkt hinter uns ist eine riesige Wolke drauen, der Verdammnis. Ich weiß. Irgendwie fettes Viecher richtig wie. Ray, aus dem Zug läuft Benzin. Schieß. Ich glaube, komm, Mama. Was ist denn so für ein riesen Aal gewesen? Erlebigt. Die miese, fette Übermama sind wir los. Freut mich, das zu hören. Wir stürzen nämlich ab. Wir stürzen nämlich ab. Nein, 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 nein. Ach du Scheiß. War das so ein fettes Viech, ey. Ich glaube, der Typ tut langsam durch. Wir nähern uns im Signal. Die Final Echo Soldatin ist in der Nähe. Erreichere die Stadt Twinde und finde Trishka. Binde die Kapsel. Alles klar, machen wir. Dadurch kann ich nicht gehen. Wir gehen jetzt zu der Stadt. Da gibt es noch ein paar krasse. Okay, das können wir bald auch machen. So, wir haben jetzt hier eine Pistole. So, guckt man scheinbar. Das gefällt mir noch. Nein, jetzt können wir mal so ein Scheißgeil in Revolver schießen. Das sieht verdammt nice aus. Das sieht verdammt schön aus. Er erklärt, dass der Ende. Ich komme damit nicht klar. Äh, wie stadt sie doch auch insane schön aus. Großer Gott. Dieser Ort ist riesig. Wer baut denn sowas und überlässt es dann einer Horde von Wilden? Vielleicht haben sie das gar nicht. Oh, ey. Geil, ey. Das ist eine riesen Stadt, die hier gebaut wurden. Das ist ein Sliden. Aber hat er gerade auch. Vielleicht können wir wieder geile Kills machen. Ich glaube, wir sind hier willkommen. Wie das aussieht. Die wollen uns hier wohl nicht da. Ich brauche meine Punkte. Ich wette, hier gibt es irgendwo eine Bar. Ich könnte jetzt was trinken und... Wenn du eine Flasche auch nur ansiehst, werde ich dich kalt machen. Ey, das ist gemein. Ist das eine der zwölf Schritte? Das ist also... Ich darf nicht trinken. Am Ende der Säulen! Wiederwärts? Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Komm schon mal runter. Ja, mein Gott. ich kann die töten jeweils zehn punkte und sich doch gar nicht aber also ich meine dass diese ladung mir zu mir was das wollte ich jetzt nicht machen das wollte ich sogar egal muss ich wieder punkte sammeln ohne ende ja ich habe mir diese kleine und dann geht's ab nach hause wie weit noch 200 meter wir nähern uns was du immer tust Oh Mann, du solltest da rein. Danke. Das ist so. Du musst dich reinjagen. Geht wohl Sound. Let's hear the clap. Das sind sowas von Fett, der kriegst du jeder ins Bett. Man, Serrano. Ich konnte die Sachen leider nicht so geil testen. Ey, wir haben wieder Punkte gemacht, ne? Wir haben, glaube ich, irgendwie 2003.000 Punkte einfach geschwendet. Oh, hey, dafür kriegt man auch, glaube ich, hoffentlich. Check, 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 you're good. Oh, shit. Oh, wie ist mich an? Danke. Fuck, was ist das? Langsam verstehe ich, warum ihr Typen so sauer seid. Ah, diese klassische Musik erklärt, warum es zum dritten Weltkrieg kam. Ja, Mann. Dann halt so, ey. Die Ladies hier sind ganz schön abartig. Ich meine, nice, ey. Verwenden. Hallo, meine Freunde. Der will wir auch noch nicht. Hey, hier sind noch mehr Dancing Queens. Das ist mit Munition. Ich hab genug. Versuch sparsam zu sein. Je näher wir rankommen, desto härter wird wahrscheinlich der Widerstand. Ich liebe es. Das ist mit Munition. Das ist mit Munition. Ein gewandtes Fahrzeug erklärt sich. Verstärkung. Die bringen wahrscheinlich ein neues Fass für die Party. Alles, alle. Warte. Das ist mit Munition. Ich bin jetzt da einmal kurz aufgestochen. Jetzt hab ich meinen Rhythmus. Nice. Haha, wie geil. Das hat Schwast nach. Die Munition der Pistole lässt er zumindest übrig, ey. Ich hab das Gefühl, ich kann mich auch so extrem krass umschauen hier noch. Und so viele Dinge machen. Weil hier sind auch immer noch gefühlt am Anfang, ne? Naja, wo seid ihr hier klein? Da kommt doch gleich einer. Ich verzahre der Stille nicht. Ich muss auch mit 10 noch ein paar Leute hier killen. Das war vielleicht ein Fehler. Versorgungskapsel ist nah, das gefällt mir doch. Komm mal ran. Die war schon geil. Immer mal ein bisschen Muni. Freue ich auch. Ja, komm. Gehen wir mal noch das hier. Was erwartet, wie sie dann weitergehen. Auf jeden Fall erstmal eine Pause. Was erwartet, wie sie dann weitergehen. die punkte möglich machen wie sie jetzt was hier noch mal nicht gut was jetzt wenn wir mal sprechen einer reihe aufstellen schade wenn es mir geiler vorgestellt geiles dachte der das wirklich alles unter kontrolle hat mich an einen soldaten einer den ich bekannter ich habe nie aufgehört dieser soldat zu sein du hast du betrunken um zu wissen was du warst nein aber eben die talk neben dem beinahe wir haben was für eine geile waffe die waffen ist das spiel auch mit geil aber ja nach diesen nach diesem action hier schon reichen attizionen da werde ich eine sache machen und zwar hier werde ich die folge wenn man sieht sich dann morgen in der nächsten folge und ich hoffe ihr seid genauso immer noch genauso gehalten wie ich und habe spaß beim zusehen und ja falls es euch genauso gefällt lasst gerne like kommentare und man sieht dann morgen in der nächsten folge bis dahin und haut rein